Wo muss man drauf drücken? Noch nirgends. Und zwar... Bis jetzt... Weiter! Ich denke, wir wollten Tanztest machen. Ich denke, wir wollen... Musik Dann sag mal, lass mal, lass mal. Dann sag mal, lass mal, lass mal. Dann sag mal, lass mal, lass mal. Dann sag mal, lass mal. Dann sag mal, lass mal. Dann lass mal. Wie das funktioniert. Weißt du, schaffst du das? Wieso, dass du das aktivierst? Weil ich wollte jetzt rumgehen. Was hast du denn da drin? Noch nix? Komm mal. Drei Minuten dauert er. So, und jetzt nix drücken. Mach dir eine Minute oder so, weil ich geh jetzt hoch und dann drückst du. Und wenn irgendwas ist, irgendwas nicht stimmt, aufhauen. Okay, dann schaffst du es schon. Ja, genau. Drei Minuten dauert er, machst du jetzt. Ja, drei Minuten dauert er. Ein Stück langweilig, ne. Ich mein' ich ja. Weil das hätte ich noch nie die Anruhe, da wäre ich nicht gleich da. Bei drei Minuten dauert er, das ist halt nicht. Ja. Ja. Ja, und passt irgendwas. Ja, und passt irgendwas. Na gut, wenn's hochgelaufen ist, kann ich mich noch nach oben verpissen. Ja, wirst du da auch vorbei. Ich hatte schon mal ne Füße drauf, also von daher. Auf Marder jetzt. Und auf der auch. Und auf der Lütz, also. Vielleicht auch nicht mit für zwei Minuten, das ist zu langweilig. Aber warte mal, ne, das ist eigentlich... Eigentlich plötzlich, dass ich das hier rumfilme. das auch호feur zu kont Leader und manchmal haben mit von gemeinsam. Und dann gibt es mich die Grenzen von Nordkopf. Vielen Dank.